Gut gesehen. Schüsse. Ey, was? Mit zwei Schüssen? Wie, ich hab ne Zweierweste, Mann. Der wird von Kopf geschossen. Bleib hier hinter dem Busch am besten. Ja, welchen Busch? Ich weiß nicht, von wo das kam, ehrlich gesagt. Ja, der schießt noch auf mich. So, der Typ, der hat mich mit zwei Schüssen... Die wollen... Ah, die wollen die Halle, ja. Ich bin eher da. Ich bin schneller als die. Okay, dann nehm ich das dicke Haus hier. Oder das kleine vielleicht. So ein bisschen in der Nähe. Ah, okay. Da ist ein AKM, da ist ein AKM drin. Okay. Hab die AKM. Ich schaffst du, oder? So, heute ist es du doch. Mal kurz gucken, wo die sind. Die sind nämlich nicht mehr bei mir. Siehst du die noch? Ich weiß nicht, ich bin immer Haus drin. Die sind hier nicht mehr. Ich hab die AKM genommen, da sind die abgehauen. Die sind nicht mehr hier, glaub ich. Außer, die sind in den Häusern. Zwei Helm ist auf jeden Fall noch und eine Pistole. Ah doch, warte. Hinten am Haus. Ah ja, ich hab bei mir Steps. Ach nee, das bist du. Ah, ich seh einen, okay. Max, zwei Hits mit der AKM auf jemanden, der keine Weste und nix hat. Und der überlebt. Wenn er am Boden liegt, dann weißt du, was zu tun ist. Er ist knocked out. Ach, komm her. Nein, tu es nicht. Nein. Wollen wir uns den umknocken? Ja. Ach so. Sorry. Der K-geil-Vengard wieder hier. Ja, ich will nicht, dass sein Kollege das auch irgendwie nur schafft. Aber wo ist sein Kollege? Ich hab jetzt nur den hier gesehen. Er muss hier irgendwo noch rumgeistern. Ja, sonst guck ich noch meine Halle. Vielleicht hat er sich die Pistole da geholt. Da war noch eine Pistole drin. Hier in dem Haus ist auch ein Zweier-Helm. Also überall hier sind noch Zweier-Helme eigentlich. Ich hab die Falle, ey. Ich kill die. Warte, ich hab dem viel mehr Schaden gemacht. Ich hab den zweimal mit der AK erwischt. Oh, der ist bei mir. Oh, der tut mir aber leid. Oh no. Der hat mir aber Bandagen mitgebracht. Ja, bedank dich bei dem. Hast du schon einen Helm? Ne, noch keinen. Ich komm mal zu dir. Ja, entweder in dem Haus hier vor oder in dieser Halle. Je nachdem. Hast du Scopes? Ne. Na toll. Nur die Shotgun. Ach, hier ist du. Was ist das halt mit Real Life, ne? Hm. Ein Med-Kit hab ich gefunden. Ein Med-Kit? Oh, hier steht einer. Der stand nur rum. Echt? Das war bestimmt AFK. Weil man hört doch auch unsere Steps. Eben. Boah, hier steht einer. Hat der eh nicht bewegt. Er war 100 pro AFK oder sowas. Vielleicht hat er da auch ein Disconnect. Er hat deine Gasmaske nicht gelootet. Was ist los mit dir? Verrückt. Verrückt das Boden. Er looted keine Gasmasken. Was? Wo? Achso, ne. Ich hab ja eine. Standardmäßig. Schon drin. Du hast schon standardmäßig eine. Ich hab aus der Kiste gezogen. Oh, das ist die Kiste. Komm, wo? Ach, komm. Wer hat das ausgenommen? Ich ziehe den zweiten Rad nicht. Direkt vor mir am Busch. Direkt vor mir am Busch. Okay, ist weg. Uh, ich hol dich. Komm her. Ich schaffst du auch. Mit dem letzten Shotgunschuss. Ja, echt? Ja. Das hat noch ein bisschen für die UMP, aber... Ich hab noch first aid und so, alles klar. Ich hab gar nicht gecheckt gerade, ob das von da kam. Okay. Ich will ihn kurz hochheilen. Oh, guck mal an hier. Uh, la, la, la. What's my name? Oh, shit. Hast du Red Bull, ey? Ich will jetzt irgendwie meinen Painkiller nicht ver... Nee, Red Bull hab ich gerade nicht. Guck mal, ob der Red Bull hat. Boah, Red Bull. Vierfachscope weg. Willst du mal einen Vierfachscope haben? Na, nicht unbedingt. Was hab ich denn für eine zweite... Nee, nee, nee. Ich hab, glaub ich, genug, Muni. Ich hab auch nur noch... Ich hab nur einen Einer-Rucksack. Das ist das Blöde. Deswegen kann ich nicht so was mitnehmen. Ich kenn mich da ja auch nicht aus, Nase. Von daher kann ich da nicht viel zu sagen. So, mal rüber. Können wir machen, ja. Okay, warte mal. Wo geht's hier raus? Ach. Also ein bisschen mehr in die Mitte gehen vielleicht? Oder da diese blauen Scheunen? Wie viele Hades hab ich? Oh, guck mal, da ist ein Airdrop. Hm? Wo? Hier. Richtung Südwesten. Oh. Ist da noch gelandet. Hm? Bei uns. Gut gesehen. Schüsse? Ey, was? Mit zwei Schüssen? Nee, niemals. Wie, ich hab ne Zweierweste, Mann. Der wird vom Kopf geschossen. Bleib hier hinter dem Busch am besten. Ja, welchen Busch? Ich weiß nicht, von wo das kam, ehrlich gesagt. Ja, der schießt noch auf mich. Oh, der Typ, der hat mich mit zwei Schüssen umgehauen, ey. Krieg ich einfach erstmal weiter. Ich erwidere das Feuer. Ja. Oh, da sind ja richtig viele. Ja, der Drop halt. Die hatten uns wieder so'n scheiß Drop gekillt, Mann. Oh je. Ich muss jetzt erstmal hier versteckt bleiben. Ich kann nix machen, sorry. Ja, warte. Ich komm zu dir. Ich hab ein bisschen Loot. Ich hab noch so ein paar Mad Kids und so. Ein Mad Kids. Zwei Aids. Okay. Das war jetzt, ähm, ja. Nicht so geil. Ich hab einfach zwei Schüsse ausgenockt. Ich hab manchmal Leute, ich hab einmal sechsmal mit der AKM getroffen. Die sagt da gar nichts mehr zu. So, Rache. Für Vanguard. Ne, das war der, glaub ich, nicht, oder? Das war der nicht, aber das war ein Böser. So, erstmal. Die AKM, die mich getroffen hat, war, ich glaube, irgendwo so nördlich oder so. Voll cool hier unten. Ja, ich kann nicht jetzt schlecht looten, wobei ich eigentlich die Muni brauche. Wenn der Sniper da immer noch irgendwo ist. Ich kann ja direkt meine AKM auf die Zweitwaffe mitnehmen mit der ganzen Muni. Für deine Waffe hab ich ja gar nichts. Aber ich hab nur Aids Kids und Mad Kids. Nimm mir auf jeden Fall halt Mad Kids mit. Hab ich. Mad Kids. Hab ich. AKM austauschen. Hat die einen Red Dot gehabt? Mhm. Ah ja, okay. Ich hab auch noch einen Aids Club, aber das wirst du bestimmt nicht mehr brauchen. Ne, brauch ich nicht. Okay. Ach, da oben, okay. Von mir, als würde das von hinten kommen. Boah. Sauber. Direkt den Kopfschuss. Der hat keinen Red Dot oben, so als Info. Ja, das geht ab, wenn du lootest. Ich musste den grad mit Iron Sides killen. Das geht ab, wenn du lootest. Ach so. Das ist mein Inventar drin. So, das ist jetzt mein Airdrop, oder? Ne. Na? Warten wir mal ab. Probier mal. Ich hab da, ich hab da schon ein gutes Gefühl hier. Ich wollte hier eine Fünferweste. So, Achtfahrt. Oh, guck mal hier. Oh. Haha, Gilly. Der Gilly. Auf geht's. Geh in den Busch. Knie dich einfach in einen Busch rein. War da nur ein Gilly drin? Der Gilly und die Sniper hier mit einem Achter. Oh je, Spoon und Sniper. Gegen, wo so rein, wo so zwei, drei Büsse direkt aneinander sind. Boah, ich will. Ja, aber deine Zweitwaffe, ähm, verräte ich, ne? Stimmt, ja. Ja, und die gute Pfanne. Ey, guck mal bitte, ob du irgendwann gewinnst, wenn du einfach nur in so einem Busch bleibst. Du meinst, ich soll jetzt durchziehen? Nein. Das willst du jetzt hier zum Ende sehen. Okay. Ich möchte heldenhaft sterben. Oder glorreich gewinnen. Es wäre witzig, wenn du so Leute an dir vorbeilaufen lassen würdest, so die letzten zwei, drei, weißt du? Die laufen so die ganze Zeit an dir vorbei. Und du bist in so einem Busch. Ich bin aber noch nicht drin. Ah. Mhm. Keiner guckt einfach in einen Busch rein mit seinem Visier. Das macht keiner. Guck mal da. Das sind zwei. Ja, boah. Nee, das sieht, das sieht perfekt aus, Mann. Boah. Ohne Scheiß, bleib mal. Ja, genau. Geh so zwischen die. Ach, guck mal, da vorn. Nicht bewegen, ne? Wenn du dich bewegst, erkenn dich hier, Leute. Der will den überfahren. Okay. Hat er ihn überfahren? Nee. Nee. Der Sniper ist ein bisschen, äh... Oh, der hat ein Hit-Do. Langsam schießen denn hier die Schüsse? Hm. Oder fliegen die denn hier? Ich mag Sniper auch irgendwie nie. Nee, ich auch nicht. Aber ist mal lustig, die zu haben auf jeden Fall. Ich werde die erstmal... Oh, nein. Ja. Ja, weil du geschaffen hast, ne? Kein Boost-Item. Was ist denn der Typ? Ah, ich sehe ihn. Okay, ich sehe ihn. Ich hatte Boost. Du musst mit dem Boost mitwackeln. Wenn das im Wind wackelt, musst du Kuhn-D drücken. Oh, da vorn läuft einer. Okay. Oh, der hat einen Hit kassiert. Ach, da vorn ist noch einer. Da sind zwei Leute ausgenockt, aber noch viele Teams, ne? Noch 29 Leute auch. Ja. Mit Y. Ah, wo sind die denn hier? Inlegen? Also, ich habe das bei mir auf X gelegt und Waffe wegnehmen auf Y. Oh, okay. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Bin doch gerade gesehen. Keine Ahnung. Ist einfach verschwunden nach dem letzten Schuss. Bleib so gut, du kannst so versteckt, Mann. Ey, ich schwöre, ich sieht keiner. Keiner rechnet damit einfach, Mann. Ich schwöre, das wird kein Mensch sehen. Ja, danke, Clemy. Ach, der hat sich das Auto genommen, okay. Noch 20. Nur noch 20. Gerade zwar noch viel, viel, viel mehr. Hinter dir, was? Sag nicht, dass er jetzt über mich drüber fährt. Okay. Na, wo wäre der über mich drüber gefahren? Schlimmster Tod. Oh, das sind auf jeden Fall irgendwo Leute. Ach, da oben. Ah, fuck. Komm, geh nochmal ans Fenster jetzt. Ach, Mann. Der war genau am Fenster dran. Ja, aber wenn du liegen bleibst, kann er dich nicht sehen. Also, du musst halt, ja, im Busch, wenn du im Busch liegst. Ich glaube, auf dem Boden sieht man einen voller Guss. Vor wenigen Tagen erst hat jemand an seiner Haustür uriniert. Was? Ich glaube, wer nicht im Kreis ist, der rennt gerade auch. Da vorne läuft einer. Ja, der rennt jetzt gerade im Kreis. Zwei, glaube ich. Links, glaube ich, vom Hausrauchern. Nee, doch nicht. Doch, zwei. Doch, zwei. Du musst rennen. Du musst rennen. Okay, den Rest mache ich mit der AKM. So, ist ausgenockt schon mal. Oh je. Das geht halt leider nicht. Wir sind so zu weit. Ich sage ja, du musst rennen. Nee, das bringt schon was. Ein bisschen weiter unten. Ich habe doch noch das Medikit zur Not. Ja, das Medikit, aber du verlierst ihr Leben halt auch wieder. Dafür müssen die sich jetzt heilen. Die sind auch noch nicht mehr im Gebiet drin. Es gibt mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch. Aber ich bin noch fast drin. Weil ich werde jetzt erstmal... Oh, jetzt ist es zu spät. Ich bin wahrscheinlich schon tot. Ich muss den Fuss-Medikit nehmen. Der ist gestorben. Nein, du kannst doch reinrennen. Das ist doch vor dir. Ich komme rein. Okay, okay. Nimm das Medikit. Das schaffst du. Das ist zu spät. Das ist auch zu spät. Nein, ich will nicht wie Venkat sterben. Das schaffst du. Nimm das Medikit. Leg dich hier. Nimm das Medikit. Sofort. Krieg die voll Leben. Ich will nicht wie Venkat sterben. Wegen dir bin ich gestorben. So. Beim ersten. So, sauber. Okay. Kurz mal die Sniper nachladen. Pogchimp. Pogchimp. Mhm. Ja. Ah, fuck. Okay, da wird geschossen. Ja, da ist einer. Komm, ja. Ja, bleibt da stehen. Oh, sehr gut. Gut, nein, nicht weiterlaufen. Okay, das war nicht so gut. War kackt. Aber er hat schon mal einen Hit. Aber du bist... Mach den Rest mit der AK, genau. Ja. Hast du... Granate habe ich, ja. Der ist links, links am Stein, links am Stein. Meinst du, der trifft? Ja. Der guckt links lang. Der guckt links lang. Der guckt links lang. Genau. Oh. Sag ich doch. Oh. Guckt links lang. Looten? Nee. Kreis, 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 Kreis. Ja. Ich bin unterwegs. Zwei Leute leben noch. Zwei mit dir da und dann schaffst du. Drei mit dir. An der Hütte ist 100 pro einer. Oh, bitte sei drin. Ich glaube, er ist nicht drin, der Baum. Oh, Mann. Vielleicht. Nee. Oh, fuck. Da war der Baum. In der Hütte ist auf jeden Fall einer, Mann. Gott sei Dank, das Gebiet ist bei mir. Das Wunen hat auch mal ein bisschen Glück. Fuck, fuck. Nein, links. Von wo? Oh, die Hütte. Looten. Medikit, Medikit. Ja, bin dabei. Scheiße, scheiße. Okay. Das hört sich voll komisch an mit den scheiß Sounds, Mann. Ich habe Steps. Komm, rechts. Ach, das war ein Zweierteam. Das war noch ein Team. Fuck. Ah, aber wir sind auf dem Zweierteam. Zweiter Platz. Acht Kids. Oh. Nee, damit bin ich echt zufrieden, doch. Muss ich sagen. Schade, war ein Team. Ja, Mist. Den einen habe ich sogar echt gut noch getroffen. Schade. Schade.